Hallo ihr Lieben. Heute wird wieder Bartek gemacht. Ich weiß, eigentlich habe ich es schon öfter gemacht. Ich liebe es aber sehr, auch wenn es immer ein bisschen aufwendiger, vielleicht gar nicht mal. Aber irgendwie ist es doch auch schmutziger. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe mir beim letzten Hoodie, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen meine Badewanne, die musste ich erstmal ein bisschen schrubben, weil irgendwie ist mir von der Farbe ein bisschen was in die Badewanne gekommen. Und als ich ja das Ganze so reingepackt hatte, habe ich es natürlich ein paar Stunden einwirken lassen, logischerweise. Und irgendwie meine Badewanne ist nicht mehr die schönste. Aber ich habe es auch wieder sauber bekommen. Also zum Glück, ich freue mich, dass das wieder in Ordnung ist. Und heute machen wir so ein bisschen farblich, so ein bisschen Rot-Gelb in die Richtung. Und weil das habe ich tatsächlich so noch nicht gemacht. Und ich kann es schon vorwegnehmen, ich mag das Ergebnis sehr. Ich habe den Unterschied, der jetzt auch ist, nicht nur in der Farbe oder dass ich das Ergebnis auch sehr mag, sondern eben halt auch, ich habe es länger einwirken lassen. Und das ist für mich, bisher hatte ich immer so, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden. Diesmal habe ich es wirklich fast den ganzen Tag einwirken lassen. Und das war für mich jetzt so ein Ausprobieren, werden die Farben intensiver. Die sind jetzt nicht komplett dunkel. Also ich glaube, das ist tatsächlich mehr so stoffabhängig, wie dunkel und wie intensiv die Farben dann wären. Da ich aber ein Hoodie-Fan bin, für mich durch und durch, ich habe die jetzt über den Winter auch ständig Hoodie und da drunter habe ich einen Rollkragenpullover gehabt. Das ist für mich so meine Standardkleidung jetzt so im Winter gewesen. Ich muss jetzt überlegen, was ich im Sommer mache, weil bei 30 Grad ein Hoodie anziehen kommt nicht gut. Und dementsprechend muss ich mir jetzt leider was anderes überlegen, wenn jetzt so der Frühling, der Sommer... Heute ist es relativ warm und dementsprechend der Frühling kommt jetzt, Tatsache, auch wenn der Regen immer ganz dolle ist. Aber gut, ja, hier habe ich jetzt wie gewohnt das Fixiersalz, also dass das sich nicht auswäscht. Und das funktioniert wirklich, kann ich wirklich so bestätigen. Ich habe jetzt mehrere Hoodies oder auch andere Sachen, wo ich mit den selbstgemachten Batik-Sachen das gemacht habe. Und das hat wirklich gehalten. Ich habe die wirklich ganz oft an. Ich habe die oft jetzt eben auch zu Hause auch angehabt und habe die dadurch dementsprechend ja auch öfter mal gewaschen. Und die Farben sind trotzdem noch genauso schön und also dementsprechend, ich mache immer relativ ganz gut ordentlich das Salz rein und seid da mutig. Da kann eigentlich aus meiner Sicht jetzt nichts schief gehen. Bei der Farbe bin ich auch immer so ein bisschen... Früher habe ich mir noch Gedanken gemacht, ja, was steht auf der Verpackung, jetzt mache ich es freisch Schnauze. Also dementsprechend einfach so ein bisschen schauen, was fühlt sich für euch richtig an. Ich mache meistens relativ viel rein, weil ja auch eigentlich so sonst die Sachen so sind, dass ich halt nicht ganz so lange einwirken lasse, auch wenn ich es diesmal gemacht habe. Aber gebt mit Mut die Farbe rein. Und ja, die Flaschen habe ich bei Teddy gekauft vor einiger Zeit. Die kann ich auch zum Glück immer wieder nutzen. Die sind gut zu handeln und ich bekomme die auch immer wieder gut sauber. Also dadurch, ich habe mir vier Flaschen geholt, also sollte ich mal mit mehr Farben experimentieren wollen, muss ich mir leider was einfallen lassen, was ich mit der fünften Farbe dann mache. Aber gut, das lässt sich dann auch regeln. Aber aktuell haben meine vier Flaschen, die ich habe, auch gereicht. Und heute habe ich zum Beispiel eben auch nur drei Flaschen gebraucht. Wichtig finde ich vielleicht auch zu sagen, bitte nutzt Handschuhe, falls ihr nicht unbedingt auf bunte Finger steht, weil diese Farben sich natürlich auch unglaublich schön auf den Händen absetzen. Wenn man da jetzt keine Handschuhe anhat, auch beim Ausspülen später, ich würde Handschuhe anziehen. Das ist ja wie mit Haare färben. Ich habe jetzt auch manchmal, dass ich so ein Haarfärbe-Shampoo zum Beispiel nehme oder Haarkur, was eigentlich nicht ganz so intensiv ist wie jetzt zum Beispiel das Färben. Aber meine Hände sehen rot aus. Einfach rot. Also ich habe rote Haarfarbe logischerweise, ne? Und dementsprechend. Ja, dann hat es sich für mich eigentlich ganz gut gemacht, dass ich es immer in so einen Müllbeutel reinmache und dort dann die ganze Färbung reinmache. Kann jeder auch anders machen. Ich habe es bei anderen schon gesehen, die haben sich so eine Art, wie nennt sich das, Blech genommen und haben das da drauf gemacht, damit das nicht runterfällt. Und dieses Blech dann eben halt woanders hingestellt, wo es halt einwirken kann. Gibt es ganz unterschiedliche. Ich hatte es jetzt auch mal bei jemandem gesehen mit so einer Aluschale, die man sonst so zum Grillen zum Beispiel nimmt. Also ich würde es halt nur nicht, je nachdem, wo ihr es halt macht. Ich habe es jetzt eben auf den Tisch gemacht, den ich halt auch manchmal für andere Sachen noch brauche. Dementsprechend da einfach so ein bisschen schauen, dass ihr die Sachen dort halt eben auch ganz gut hinlegen könnt. Wie gesagt, wenn ich dann fertig bin, nehme ich diesen Beutel und mache dann diese in die Badewanne, weil da spüle ich es logischerweise auch aus. Da so ein bisschen immer drauf achten, dass ihr das Ganze ausspült, bis das Wasser wieder klar wird. Ansonsten ist es halt nämlich ungünstig. In der Zeit beim Ausspülen auch unbedingt die Gummis, die ich jetzt gerade reinmache, noch mit drinne lassen. Weil ansonsten vermischt sich das auch schon, also beim Ausspülen auch noch drinne lassen. Nach dem Ausspülen nehme ich die ganzen Gummis raus und wasche sie dann einmal in der Waschmaschine. Aber auch ein relativ kurzes Programm bloß und nicht intensiv, weil theoretisch war es ja nicht schmutzig. Es soll bloß nochmal der Rest der Farbe rausgewaschen werden. Und da mache ich auch nur minimal Waschmittel rein und wie gesagt, war ja nicht schmutzig. Und genau, falls ihr dann zum Beispiel Weißspüler oder sowas reinmacht, ist natürlich auch okay. Bei den Techniken gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken. Ich nutze ja aktuell häufig die, wo ich die Gummis reinmache. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze als Schnecke zu formen. Ich gucke mal, ob ich das Video finde, wo ich das schon mal gemacht habe, wo man diese Schnecke so eindreht. Und finde ich eine super Technik, die ich aber mit dem Hoodie nicht so gut finde, weil das einfach so viel Stoff ist, so gewaltiger Stoff, dass ich das so nicht gut hinbekommen habe. Also dementsprechend habe ich mich dann dagegen entschieden. Und ich hatte auch nicht so eine großen Gummis, dass ich das Ganze so geballt zusammenpacken kann. Falls ihr also große Gummis habt und das Ganze gut eingedreht bekommt, ist die Schneckenvariante auch eine wunderschöne Sache, die auch als Ergebnis so richtig, richtig schön aussieht. Also da lasst euch nicht von abhalten. Nur weil ich das jetzt gerade nicht so hinbekomme, zum Beispiel mit dem Hoodie, ist das auch okay. Ich habe zum Beispiel noch T-Shirts hier, die weiß sind, beziehungsweise mittlerweile leicht grau. Die sind also schon ein bisschen mitgenommen über die Jahre, sind aber ansonsten nur farblich mitgenommen, ansonsten halt noch schön. Die werde ich bestimmt auch nochmal machen und mit T-Shirts weiß ich, da kriege ich auch so eine Schnecke hin. Dann gibt es noch die normale Knödel-Technik, wo man einfach alles so zusammenrafft und das Ganze dann auch mit dem Gummi fixiert. Auch das habe ich jetzt hier mit dem Hoodie so nicht hinbekommen. Deswegen war es für mich jetzt einfach, die Variante mit den normalen Gummis immer wieder so kleine Zipfel zu machen. Und also probiert euch da gerne mal aus. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich euch noch die Videos verlinke, die ich jetzt schon gemacht habe mit Batik. Für mich, wie gesagt, eine der schönsten Techniken, die ich auch mit gerne immer wieder mache. Wer jetzt meinen Kanal bestimmt schon länger verfolgt, der wird das, glaube ich, auch wissen, welche Techniken wahrscheinlich eher so in meinem Bereich liegen, die ich auch immer wieder gerne mache. Es gibt auch Techniken, die ich schon gerne auch nochmal machen würde wollen, wo aber das Ganze drumherum so aufwendig ist. Und dadurch bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die dann nochmal mache, also gerade wenn es Material anschaffen und so. Das ist halt manchmal nicht so einfach. Und ja, aber ansonsten, ich habe meine Favoritentechniken und die sind für mich auch wichtig. Ja, hier habe ich jetzt übrigens, die Farben sind dann relativ viel, ich habe die relativ wahllos auch gemacht. Also auch da kann sich jeder ja überlegen, möchte er sie zum Beispiel nur im oberen Bereich vom Shirt haben und dann im unteren Bereich eine andere Farbe. Auch da kommen wunderschöne Effekte raus. Also dadurch, ich habe es ein bisschen wahllos gemacht, habe auch diese Flaschen komplett aufgebraucht, weil ich für mich so ein bisschen dachte, okay, ich brauche schon die Farbe auch. Und dadurch habe ich es einfach mit Mut gemacht und wie gesagt mit Rot-Gelb und so hatte ich es bisher noch nicht so. Ich habe es noch nicht so gemacht und freue mich da natürlich dann sehr, dass das Ergebnis so schön geworden ist. Vielleicht mache ich jetzt nochmal eine Rot- und so eine Petrolfarbene Variante und vielleicht auch noch ein Gelb mit rein, muss ich mal schauen. Also dadurch, die Ergebnisse sind einfach auch so, so schön. Ich liebe es. Und ja, wer übrigens kein Video verpassen will, lässt mir gerne ein Abo da. Ich freue mich immer sehr, wenn sich die Zahl da verändert. Es gehen natürlich auch immer wieder welche, was ich natürlich immer sehr traurig finde, weil ich es natürlich nicht einschätzen kann. Warum geht jemand, ist es vielleicht durch ein Short-Video, weil ich, weiß ich nicht, zu viel Musik gepostet habe oder zu viel Meerschweinchen oder was weiß ich. Aber letztendlich, ich mache die Videos ja auch für mich und ich freue mich über die Erinnerungen, die ich für mich dadurch auf dem Kanal auch festhalten kann. Aber ansonsten, ich poste mal sonntags um 12 mein Video. Und, also was das Basteln angeht, um 16 Uhr auf den Sonntag kommt das Musikvideo. Und je nachdem, wie ich zum Beispiel mal abends weg war, wenn ich dann eine Band gefilmt habe, kommt auch ein großes Video. Das kommt immer dann ganz drauf an, wie schnell das hochgeladen wird. Ich bin da eigentlich immer relativ schnell. Ich mache da kein großes Schnickschnack draus irgendwie. Ich gucke, dass der Ton eigentlich immer ganz gut stimmt. Dafür habe ich aber einfach auch eine gute Kamera für mich jetzt gekauft. Und, ja, und dementsprechend versuche ich mich da so ein bisschen auszutoben. Bei den Short-Videos sind es halt eher so, was erlebe ich so im Alltag, was passiert mir gerade, was sind es meine Meerschweinchen, wo ich gerade ein Video gemacht habe. Dann habe ich eben noch einige Videos von Benz auf dem Handy, die ich halt als Short-Video dann auch hochlade, weil die im Hochformat zum Beispiel auch sind oder sie sind teilweise auch im Querformat. Aber das, genau. So, jetzt seht ihr gleich mein Ergebnis. Und sagt doch mal bitte, das sieht doch toll aus, oder? Also, ich liebe es. Klar, es ist immer Geschmackssache. Man sieht auch die Zipfel nicht so richtig. Aber, wie gesagt, ich mag die Farbkommi. Ich mag dieses, wenn das so ineinander geht. Und dadurch ist es für mich ein unglaublich schönes Ergebnis. Mich hat ein bisschen gewundert, warum die Bündchen weiß geblieben sind, was ich aber auch einen schönen Kontrast finde. Ach so, wo ich gerade die Bändchen aus dem Hoodie sehe, die habe ich vorher rausgenommen, damit die Bändchen nicht farbig werden. Aber auch das ist Geschmackssache. Geschmackssache. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss. 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 Tipp. Tschüss. Tschüss.